warum hat vielleicht sechs oder so sein die so fast so aus der meister der feind kreift und dann noch ein hin was soll trotzdem durch den mann da wird vorstelle haben wir verloren du wollen es nix weiter und ist fertig meister ja so kann es weitergehen wir werden nicht mehr so viel benötigt hier wenn wir im norden angegriffen werden wir mal nach norden denk ich mal hoffe das hält dann eine weile bis wir hier fertig sind ich glaube im norden wird auch nah sein im osten auch aber ich nehme jetzt sicher immer die basis hier ab und dann ziehen wir dann gleich los wenn wir denn so fern wir hier mal fertig werden das gebäude ist fertig meister die forschung ist abgeschlossen das gebäude ist fertig meister ach das mal wie sieht es hier eigentlich aus hey das hält das hält auch nicht ewig da oben also wir sollten da mal zusehen das gebäude ist fertig meister so ok da haben wir hier noch stärkere verteidigung jetzt dürfen die eigentlich nicht mehr durchkommen jetzt dürfen die da durchkommen wenn die von dem attackiert also eigentlich sollte das nicht möglich sein hoffentlich zumindest so die forschung ist abgeschlossen meister na ja so haben wir eigentlich nur zuviel produktion von äh ich werde mal unser komplettstes einheitenlimit ausschöpfen fertig hier das gebäude ist fertig meister ja meister dafür brauchen wir mehr gold das mache ich habt acht menschen was ist jetzt los eure tage sind gezählt hey der menschheit du musst überleben ich verstehe was benötigt ihr unsere bohronherde ist zu klein na gut dann haben wir keine bohronherde mehr die bohrer die bohr nicht mal welche ich kämpfe für den stamm ja müssen wir damit jetzt klar kommen ja meister dann kann sie da wieder mitmachen so ok gruppe 2 äh und gruppe 3 so mal loslegen oder haben wir natürlich viel mehr ja immer ganz gut mein da verrückte verrückte ja 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 so die 4 lächer ja die bestien der stämme sind zurück an die waffen sie dürfen die gefangenen nicht befreien weg weg mit euch unsere boron herde ist zu klein noch mal platt hier genau platt machen ja dank für unsere rettung krieger führer wir sind bereit diese menschen im kampf zu vernichten jawohl wir machen nur 4 2 2 dann nehme ich auch alles mit das lohnt sich richtig dauert nur eine weile aber man kann die komplett wieder wiederbeleben ok dann können wir ja zurück da noch vorbei ok unsere boron herde ist zu klein ich kämpfe für den stamm ich mach das mal ich mach das mal wir werden angegriffen ja ich würde sagen wir sind jetzt noch voll mir lieb nun kann ich nicht einfach trotzdem wieder nehmen ach so weil der ist ja ja feste ich schon wir sind wieder einheiten verlieren ich verstehe so ok aber das zumindest noch mal erledigt so wo geht es denn hier hin trotzdem zurück einmal wieder zurück hier ach so die auch ja natürlich ja gleich das ist sehr geil war ja quasi sehr mächtig gold haben wir noch genug wir müssen aber lange haben wir mal jetzt hier aus das ist für die ziemlich übel ja ich glaube ich sage da komme ich nicht mehr ja ich komme da nicht mehr durch wir sind ja wieder vollzählig schon geht ja ganz fatz hier oh aber wir werden wieder neue gruppen erstellen wir werden neue gruppen wieder erstellen so so Gruppe 1 ich gehe da lang ja geh mal da lang die lass ich mal hier weil ich bin nicht so ein freund von denen merke ich schon Gruppe 2 es gibt keine kapitulation Gruppe 3 der Feind muss in der Nähe sein so das ist ja Gruppe 4 hier das soll ja nicht sein ja Meister doch Gruppe 4 so dann Gruppe 5 kann ich ja hier den auflegen hier wir müssen unsere Mission verändern Gruppe 5 die Geister sind mit mir Gruppe 6 so die mal an können wir direkt direkt weitermachen mit der nächsten Basis hier bevor die da oben überrannt werden müssen wir diesen beeilen hier so das hält das hält nicht mehr ewig da das hält nicht mehr ewig da oben deswegen müssen wir mal weilen so komm her ja dämonische Armeen kamen und brannten unser Land nieder böses aus den unterreichen griff uns an und peinigte uns und nun sind die Stämme zurück wir haben keine andere Wahl als bis zum bitteren Ende zu kämpfen Was ist denn hier los? was ist denn da los ey? was ist denn da los ey? da 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 zurück Bestien oder Ayas Licht wird euch bestrafen wir müssen die Echsenhexer retten dann da 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 das das geht dann so So. Meine Klinge verlangt es nach Blut. Gleich hin. Ich folge eurem Ruf. Wad. Und das? Ah, okay, dafür Ressourcen. Das ist dir. Sieht gut aus. Meine Klinge verlangt es nach Blut. Ja, du kannst eigentlich auch zurück. Was machst du eigentlich da hinten? Ich dachte, wenn du tot bist, bin ich wie im Arsch. So. Nicht mehr viel übrig geblieben. Ich kämpfe für den Klan. Ja, die rüste ich mal wieder aus. Ach, du für drei. Guck mal an. Ach, du für eins auch. Ah ja. Jetzt sind wir schon mal auch erledigt hier. So. Okay. War ja so ziemlich übel für die. Eigentlich, wenn man ehrlich ist. Ich warte mal ab, bevor er da ist. Ich nehme dich jetzt mal, weil ich ja meinung bin, du könntest da vielleicht mehr gebrauchen. Brauchst du nicht, aber... Ich bin eigentlich schon ganz gut hier. Mach da mal ein Goblin hin. Am besten noch ein paar weitere. Ja, ich warte mal ab, bis der leer ist. Guck mal, er ist nur für 4. Auch gestorben kann sofort wiederbelebt werden. Das macht richtig viel, weil die gleich mehr Treibung zu haben. Ich bin jetzt abgeschlossen, Meister. Wenn wir mal gucken. Hier oben noch eine Windmühle. Guck ich hier gerade, ob ich hier was finde, hier, aber... Ich renne da mal hier oben lang und gucke mal rum. Genau. Ich folge euren Ruf, Warmblüter. Ich kann hier beleben, wenn man will. All die gestorben sind. Ich folge euren Ruf, Warmblüter. Die Forschung ist noch geschaffen, Meister. Warte einfach mal ab. Verfügte man? Ähm, weil... Ich jetzt keinen Fehler machen möchte. Ich möchte die zumindest noch kriegen. Aber ich weiß nicht, was die überhaupt noch kriegen können. Ich weiß nicht, ob das überhaupt reicht. Ich vermute nicht. Befürchte ich fast, dass wir jetzt so viele wieder gebaut haben. Ich folge euren Ruf, Warmblüter. Aber naja, das brauche ich nicht. Tuf 1 brauche ich sie nicht. Tuf 1 brauche ich sie nicht. Tuf 1 brauche ich sie nicht. Mahlzeit! Ähm... Mahlzeit! 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 Wo kommen wir denn hier eigentlich hin? Ja! Jetzt auch fast alle. So. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Okay. Okay. Ah, wieder Unruhen? Ja. Soll wir Sklaven nehmen? Soll wir Sklaven nehmen? Soll wir Sklaven nehmen? Ja. Die Forschung ist abgeschlossen, Meister. 1. Ah, wieder Unruhen? Hm. 2. Ich gehe da allein. Ja, genau. So. Das muss dann Gruppe 3 sein hier. Ich bin unruhen. Soll wir Sklaven nehmen? So haben wir ihn hier. Ja, Meister! Mahlzeit! Wir haben nichts mehr los hier. Ja! Ja! Ich glaube, irgendwie nicht viel kommen wir an irgendwie... Mahlzeit! Ja! Anders hin. Mahlzeit! Ja! 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 Ich fühle das direkt der Weg dahin. Ich verstehe es auch. Ja! 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 Ich �ickers, Dich nehme ich gar nicht mit rein! Well, Ja! Ja! So, Okay. Leiderin. Ich gehe da allein. Sollen wir Sklaven nehmen? Hä? Ja! Ah, wir haben wieder jetzt zu viel, ich verstehe. Ja, wir haben einen Teil ein bisschen untereinander hier. Gruppe 1, Gruppe 2, also Gruppe 3, ne? Ja, alles klar. Dafür noch 4 und dafür noch 3. Oh, muss ich noch gucken. Ach, kann ich noch mitnehmen. Einen von dem. Oh, die beiden noch. So, auch hierhin. So. Okay, könnte noch. Drei davon mitnehmen. Dann haben wir auch dann nur voll. Dann haben wir wieder alles gemacht. Dann haben wir die Reichen. Die lassen wir alle hier. Aber das hält nie ewig da, leider. Deswegen müssen wir zusehen, dass wir da hinkommen. Dann machen wir mal die Basen unten platt. Die restlichen Basen, dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Du kannst ja so machen, geht doch viel besser. Dann Vale. Geht's.